Das Virus muss auch wirklich nur die Beschränkung für die Lokalität gelten, wo der Virus ausgeboren ist. Danke für die Einschätzung, Felix Zimmermann. Ja, was in Europa ein Schreckensszenario wäre, das ist in Israel in Sachen Corona bereits Realität eine zweite Welle, die so heftig ist, dass von Regierungsseite indirekt eingestanden wird, dass die Pandemie ihnen praktisch außer Kontrolle geraten ist. Es gibt dazwischen in Israel wieder mehr als 1000 Neuinfektionen täglich. Vor den Lockerungen lag die Rate bei nur einigen Dutzend Fällen pro Tag. Israel war schwanz darauf, Corona in den Griff bekommen zu haben und hat dann das getan, bevor Virologen so eindringlich waren. Sehr schnell und sehr weitgehend das öffentliche Leben wieder gelockert. Vor allem die Schulen, alle wieder ohne Einschränkungen oder besondere Sicherheitsmaßnahmen geöffnet, was gründlich schief ging. Schöpfchen, 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 Schöpfchen. Neuehleinberg meets Schöpfchen! Dein Wald, was das war nicht so, schreicht nachvoll unterwegs ist. Hier ist das Tier dieurgische Krim und Krim, Schöpfchen. Der Schöpfchen liegt auf einem Oberstückgleichen. Das ist die Tattoo mit einer Ausbildung. Das Impulall ist auf einer Zeit, wie ist der Tattoo im Stoff. Schöpfchen? Schöpfchen, 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 Schöpfchen. Vielen Dank. Hallo